Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und heute ist es mal ein bisschen anders, ja, weil gerade die Champions League vorbei ist, wollte ich das auf dem Handy aufnehmen, das Spiel, was jetzt läuft, weil ich den Laptop jetzt nicht unnötig anmachen wollte und somit geht es jetzt weiter in der Liga gegen Bian Choneri FC und ja, gegen Mohamed. Ich bin mal gespannt, wie das so wird und ja, morgen, wie dann, wie gewohnt, aber Hauptsache wir sehen das Spiel jetzt, Garcia Gomez. Aber Miglia ist gut dazwischen gegangen. Heute ein Sieg und wir sind richtig gut in der Tabelle, glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ihr das Video jetzt seht, dann seht ihr es an dem Tag, wo die Web App von FIFA 15 rauskommt. Oh, Gradu! Boah, Glück gehabt, dass er da nochmal hinspringt. Ja, und dann an dem Tag, am Mittwoch, 17.06. ist die Web App draußen, dann wird heute Abend spätestens um 20 Uhr ein Video da sein. Und danke für die Hilfe, also Fans. So, 20 Minuten absolviert. Was geht da noch? García Gómez, Heitar. Miglia ist toll, Patschik. García Gómez ist ja von seiner Verletzung wiedergekommen. Und García Gómez, Rakitic dazwischen. Beinahe, das ist 1 zu 0 für uns. Jetzt ganz viel Raum. Amanum. Geh durch, Junge. Ah, Setieno ist aber dann auch da. So, und jetzt muss es, gelbe Karte gibt es nicht. Dafür gibt es jetzt einen Freistoß von Alexander. Und jetzt gibt es eine Ecke. Turn. Ah. Gute erste Hälfte mit ein paar Tors sehen, aber noch keinem Tor. Und jetzt muss es mal gelb geben. Aber der Schiri scheint hier gar nicht zu geben und ermahnt nur. Also, jetzt schießt den Ball Alexander und. Ja, nichts. Schade. Geht natürlich besser. Balotelli. Turn. Grätscht oder stoppt den Ball gut ab. Also, keine Gefahr. Noch 3, 4 Minuten. Maliki. Der ja. Den. Wer war das nochmal? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall ersetzt er jemanden. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Halbzeit. Wir gehen nach unten. Ich sag mal so. Wir können das natürlich besser spielen. Aber noch ist eine Halbzeit da. Ich möchte ja keine Niederlage mehr kassieren bis Samstag. Wir haben ja heute Dienstag. Und ja, da sind noch ein paar Spiele drin. Und wenn wir keine Niederlage kassieren, wäre das eigentlich gar nicht mal so ein verkehrter Abschluss. In die neue Spielzeit. Achso, ja. Die Halbzeit. Hat ein bisschen gedauert. Ja, dann kann ich schon mal ein bisschen erzählen. Wegen morgen. Das wird so ablaufen. Wenn das Spiel fertig ist. Von Top Eleven werde ich dann auf die Web App zugreifen. Aber Näheres gibt es auf Facebook heute Abend noch. So einen kleinen Live-Dicker werde ich durchführen. Ja, jetzt die Qualität hat ein bisschen doof, aber egal. Damit könnt ihr, denke ich, mal leben. Muhamets Team spielt gut. Sehr gut. Dreh sie gut. Aber Törn, der macht heute eine gute Partie. Nun Graha auch wieder da. Ah, jetzt ist doch so ein schnelles Tor von uns. Wäre gar nicht so schlecht. Oder gar nicht mal so verkehrt. Weil wir ja schon mehr Ballbesitz haben. Nur haben wir noch keinen richtigen krassen Torschuss bekommen. Nur zwei Freistöße. Freistöße. Boah, Alexander. Gott Schott. Ah. Ja, nach 60 Minuten immer noch 0-0. Und ja, da kann noch was passieren, meine ich. Vielleicht doch nochmal so den Lucky Punch setzen von uns. Aber man sieht auch, Muhamets Team ist da. Ribéry und Alexander ist da. Ramdédovic. Guter Ball. Aber Ribéry spielt hinten gut mit. Das könnte heute wieder eine 0-Nummer werden. Aber dann auch eine gute 0-Nummer. Das muss auch dazu gesagt werden. Obwohl ich heute einen Sieg sehen möchte. Damit wir da oben nochmal mitspielen könnten. Aber. Hater. 1-0. Das meinte ich. Das war das Aber, was ich da gemeint habe. Doof halt, ne? Jungs, Jungs, Jungs. 1-0. Vielleicht kriegen wir noch das 1-1 hin. Also man kann wirklich, die dritte kann man wirklich in die Tonne kloppen. Und das war eine richtig schlechte Saison. Meiner Meinung nach gar nicht gut. So, jetzt gibt es nochmal einen Freistoß. Und der. Gibt keine Karte. Ja, es ist halt schade. Glauben. Wir müssen nächstes Mal, wenn die nächste Staffel beginnt. Anders planen. Weil das war wirklich schwach diese Saison. Nix drinne. Gar nichts gut. Champions League. Im Achtelfinale rausgeflogen. So sind die Ansprüche. Nicht. Couchot. Hinten spielen wir gar nichts schlecht. Aber vorne müssen wir mehr Akzente setzen. Das ist einfach das Problem bei uns. Wenn man das so sagen kann. Jetzt vielleicht. Eine Chance. Aber Hater ist im Weg. Ribéry. Balotelli. Turn. Aber jetzt kommt. Vielleicht in den letzten sechs Minuten noch einmal aufrappeln. Und vielleicht nochmal diesen letzten Punch rausholen. Mann, bitte. Das 1-0 ärgert mich sonst. Wirklich. Das ist. Macht keinen Spaß da wirklich 1-0 immer zu verlieren. Oder halt so knappe Niederlagen. Aber so wird es auch sein. Rakitic. Komm ist da. Der Gegner war heute einfach nochmal ein bisschen überlegener als wir. Wir haben einfach die Chance nicht genutzt. Bei den Freistößen. Und somit verlieren wir diese Partie. Ja. Klarker kriegt nochmal gelb. Wette ich. Ja. Obwohl wir hätten auch mal eine gelbe Karte für den Gegner sehen wollen. Und Rakitic an die Latte. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir verlieren mit guter Leistung das Spiel mit 1-0. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Bis dann. Ciao.